Dieses Brot ist absurd einfach, fast schon frech und trotzdem backe ich es gerade in stressigen Zeiten richtig gerne. Verzweifelt man gerade, ist gute Ernährung ja blöderweise oft das erste, was man über Bord wirft und das macht alles nur noch schlimmer. Einen Teig zu babysitten kann da ja wohl nicht die Priorität sein. Ich habe mir die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn man den Brotteig gar nicht knetet? Und ich meine jetzt nicht wie bei No-Need-Broten, wo man ja immerhin den Teig dehnt und faltet, sondern ich meine wirklich einfach nur mischen und backen. Einfacher geht es nicht. Und genau so ist dieses Rezept entstanden. Zur Veranschaulichung des Vorteils habe ich den identischen Teig parallel auch nach Lehrbuch aufgewirkt und jeweils die Zeit gestoppt. Am Ende siehst du dann auch selbst, was das Kneten eigentlich bewirkt. Noch ein paar Infos zum Rezept vorab. Zunächst mal, das Rezept ist wirklich super einfach, das kann wirklich jedes Kind. Du kannst den Teig ganz einfach über Nacht gehen lassen. Wenn du es eilig hast, schaffst du es mit warmem Wasser aber auch auf sieben Stunden. Von der Menge her würde ich sagen, dass man vier Personen damit ordentlich satt bekommen kann. Und wie winzig der Arbeitsaufwand ist, glaubst du mir sowieso nicht. Deswegen habe ich einfach einen Timer mitlaufen lassen. Das Rezept zum Brot gibt es in ausführlicher Form wie immer auf resolo.de. Los geht es. Ich stoppe mal parallel die Arbeitszeit. Erstmal bereite ich das Blech vor, damit wir später nicht mit teigigen Händen arbeiten müssen. Dazu nehme ich ein bisschen Öl und dann Grieß und Vollkornmehl gemischt. Ich schüttel jetzt das Blech, damit sich alles gleichmäßig verteilt. Stopp, stopp, stopp. Ich habe hier tatsächlich ein klein bisschen zu wenig genommen. Diese hellen weißen Stellen, das ist ausreichend. Und hier in der Mitte, wo das Blech noch durchscheint, das ist etwas zu wenig. Dann setzt du ganz einfach den Teig an. Ich mache hier die doppelte Menge für zwei Fladenbrote. 100 Gramm Sauerteig, 20 Gramm Olivenöl, das macht die Krume später etwas zarter. 10 Gramm Salz, 450 Gramm Weizemehl type 550 und 270 Gramm Wasser. Weil ich keine Lust habe, die Knetmaschine zu reinigen, mache ich das hier so ganz einfach. Erst mit dem Teigspatel und dann mit angefeuchten Händen und so einer Quetschbewegung. Wir müssen hier nicht wirklich kneten, sondern einfach nur schauen, bis sich alle Mehlnester aufgelöst haben. Den Teig gebe ich jetzt ohne weiteres auf das Backblech. Die klebrigen Hände werde ich wieder los, indem ich sie mit etwas Mehl verreibe. So, 3 Minuten 40, das sieht doch ganz gut aus. Der Teig kommt so direkt in den Ofen. Dazu kommt dann noch eine Schale mit warmem Wasser. Dadurch trocknet der Teig nicht aus und kann schön im Ofen aufgehen. Die Backutensilien haue ich einfach in die Spülmaschine. Sobald der Teig aufgegangen ist, bringe ich etwa 200 Milliliter Wasser zum Kochen und forme dann den Teig mit feuchten Händen. Wirklich zurechtrücken muss ich in diesem Fall nicht, sondern ich drücke einfach nur diese typischen Dellen in den Teig. Dadurch bleibt das Brot flach beim Backen. Dann streue ich etwas Schwarzkümmel drauf und sprühe den Teig ab. Wenn du keine Sprühflasche hast, kannst du natürlich auch einen Pinsel nehmen. 7 Minuten 36, das ist weiterhin voll im Rahmen. Und jetzt stelle ich die Schale mit dem kochenden Wasser in den Ofen, der Ofen ist noch kalt, und schiebe darüber den Teig ein. So, nach 8 Minuten 10 ist die Arbeitszeit vorbei. Wenn dich interessiert, wie man das Brot backen so einfach wie möglich machen kann, dann abonniere gerne diesen Kanal. Hier werden in Zukunft noch mehrere Videos zu ähnlichen Themen kommen. Das Brot backt jetzt bei 230 Grad Ober-Unterhitze für 40 Minuten. Den Schwaden lasse ich dabei nicht ab, dadurch bleibt die Kruste schön weich. Direkt nach dem Backen sprühe ich den Teig nochmal ab, dadurch fängt er so schön an zu glänzen. Wenn das Brot nicht ganz gut abgeht, kann man sich mit so einem Pfannenwender behelfen. Das Brot reißt wirklich ganz leicht auseinander und ist ganz zart. Hier ein Anschnitt der Krume. Man sieht, es ist ein sehr feinporiges Krumenbild. Wie praktisch dieses Rezept überhaupt ist, kann man erst verstehen, wenn man ein normales Rezept im direkten Vergleich sieht. Aus der zweiten Hälfte des Fladenbrots habe ich deswegen einen normalen Teig gemacht. Das heißt, ich habe den Teig ausgeknetet, was eine halbe Ewigkeit gedauert hat. Ja, da hat es noch nicht geklappt und so weiter und so fort. Das Kneten alleine war hier deutlich länger als bei der Originalvariante das gesamte Rezept. Zwischenzeitlich muss ich den Teig immer mal wieder ruhen lassen, dass er sich entspannt. Und weiter kneten und weiter kneten. Dann noch einige Stretch and Folds, was ich besonders nervig finde, weil ich den ganzen Tag zu Hause bleiben muss. Und auch dieser Teig wird geformt, genauso wie das andere Brot. Den Teig muss ich hier etwas flach drücken, bevor ich die Dellen reinstechen kann. Auch der Teig wird abgesprüht und Schwarzgemüll darf nicht fehlen. Das Brot habe ich jetzt einfach gebacken, bis es die richtige Farbe hatte. Und das sieht an sich ja gar nicht schlecht aus. Im Anschnitt zeigt sich aber erst die wahre Differenz. Und wie man sieht, hat man hier eher eine Krume wie bei einem Focaccia, so relativ offen. Im Vergleich dazu, das Fladenbrot von vorhin, eine viel feinere Krume. Ihr müsst jetzt selbst entscheiden, ob euch der Aufwand die Sache wert ist. Auch noch bemerkenswert, das geknetete Brot ist natürlich viel, viel zäher und braucht daher mehr Kraft zum Zerreißen und zum Beißen. Bonus Tipp, sollte dir mal passieren, dass ein Teig komplett überreif wird, dann solltest du ihn einfach flach drücken, Schwarzkümmel drauf streuen und so tun, als sollte es ein Fladenbrot werden.